So, wie ihr sehen könnt, heute geht es um die Klimaanlage. Ich sag euch gleich mal ein paar Daten, auf jeden Fall, ja, meine alte Klimaanlage, die habe ich nicht mehr. Die haben wir, wie ihr seht, abgegradet, also auch bei mir in der Wohnung. Jetzt sind wir allerdings, wie ihr sehen könnt, bei meiner Freundin, da läuft es ein bisschen anders hier, auch mit der Bettwäsche. Nein, Spaß. Ist auf jeden Fall sehr süß, aber jetzt kommen wir zur Klimaanlage. Wir haben uns hier für die Monzana lokale Klimaanlage MZKA 1.000 mit 9.000 BTU entschieden. Und ja, ihr habt ja gesehen im anderen Video, was für eine Klimaanlage ich hatte. Und ich habe dann nochmal welche getestet, so wie es gibt auch von Monzana. Ich habe das hier mal kurz geöffnet. Diese hier bei Amazon, die MZKA 2.600 für 270, die ist 20 Euro billiger. Ja, aber die habe ich in meiner Dachwohnung getestet und damit war ich jetzt nicht sehr zufrieden. Da ich diese hier auch in meiner Dachwohnung habe, habe ich zu meiner Freundin gesagt, komm, wir holen jetzt hier auch bei den 30 Grad, bei den Temperaturen, auf jeden Fall auch eine Klimaanlage und haben uns auch für diese Klimaanlage entschieden, weil, da weiß ich, die kann man auch, wenn man will, über Alexa steuern. Zu Hause habe ich die jetzt über Alexa verbunden und dann kann man die damit an und aus machen, auch einen Timer einstellen. Ja, wir haben das jetzt so gelöst, wie gesagt, 9000 BTU, drunter würde ich keine kaufen. Es gibt auch für 250 Euro die Version, aber ja, die würde ich jetzt nicht kaufen, hatte ich schon und war dann von der Kühlleistung nicht so gut. Wir haben das jetzt so gelöst, man kann sozusagen, ich mache meinen Weitwinkel, man kann ja das an den Fensterrahmen, also alles ist dabei. Auch hier, der Schlauch ist dabei, Fernbedienung ist dabei, dieses Teil hier ist auch dabei, die Fensterschiene, es ist auch für hier den Fensterrahmen, das ist dabei, aber hatten wir einen Tag dran und ich sage ehrlich, finde ich halt mega unpraktisch, besonders wenn man halt nachts einfach auch mal ohne Klimaanlage schlafen will und die Nacht doch frisch ist, dann kann man den Rollladen jetzt hoch machen, man kann auch Fenster einfach zumachen und muss nicht immer, wie soll ich sagen, ich weiß nicht, wie man das nennt, dieses Klimanetz wegmachen, weil eigentlich macht man das ja so, dann macht man hier dieses Netz drumherum oder wie das heißt und dann führt man da den Schlauch nach außen, dass die warme Luft rausgeht, aber wir haben das jetzt so gelöst, den Schlauch ganz normal hier in die Klimaanlage und dann wird die warme Abluft ja hier nach außen befördert. Wie ihr seht, haben wir das jetzt nicht wie, ja, ich habe das bei manch anderen gesehen, mit einer Plexiglasscheibe, es gibt ja alle mögliche Varianten. Wir haben das jetzt einfach mit dem Rollladen zugemacht, da kommt jetzt auch nicht wirklich Wärme durch, man merkt schon leichte Wärme, irgendwann werden wir das wahrscheinlich auch noch ein bisschen besser unsere Konstruktion machen, aber so funktioniert es aktuell. Wir haben jetzt diese Klimaanlage seit, ja, knapp einer Woche und genauso wie in meiner Dachwohnung wirklich sehr, sehr zufrieden mit der Leistung. Und ich kann euch jetzt nochmal hier ein paar Daten zeigen zum Beispiel, dass ihr hier auch das Blatt habt. Je nachdem, ich weiß nicht, was ihr für Stromkosten habt, also was für ein Stand ist ja auch in jedem Bundesland überall anders. Hier seht ihr, war auf jeden Fall auch alles dabei, sozusagen das Netz, den Abwasserschlauch, den braucht ihr nicht, außer ihr müsst anfeuchten oder so, aber na, ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Meine Freundin ist auch glücklich über diese mobile Klimaanlage und das lässt sich halt im Sommer auf jeden Fall sehr, sehr angenehm und ruhig jetzt schlafen. Wir haben sie allerdings vor einer Woche, ich glaube für 20 oder 30 Euro günstiger gekauft. Es kann sein, jetzt geht immer näher den Sommer zu, wie ihr seht unten, na, 18.07. Es kann halt wirklich sein, dass sie jetzt von Woche zu Woche teurer wird. Ich würde sie beobachten, vielleicht fällt sie auch nochmal vom Preis. Ich kann euch sagen, diese Monzana mit 9000 BTU, aber die MZK 1000 kann ich euch also von meiner Erfahrung her empfehlen. Also keine Werbung, wir sind nicht gesponsort. Also wir haben keinen Rabatt bekommen, einfach aus eigener Tasche alles bezahlt. Ich und meine Freundin haben es uns geteilt und wir sind sehr glücklich darüber. Deswegen, ich dachte, ich mache mal ein Video, wer sich ein bisschen unsicher ist mit Klimaanlagen. Welche mobile Klimaanlage, so unter 500 Euro. Ich habe ja auch lange geschaut wegen meiner Dachwohnung. Hier ist jetzt Erdgeschoss, aber ja, es ist auf jeden Fall, das ist, ohne Klimaanlage möchte ich nicht mehr den Sommer hier verbringen. Selbst in Deutschland mittlerweile echt krass. Also, lasst es euch gut gehen und viel Erfolg. Wenn ihr Fragen habt, irgendwas, stellt sie einfach in die Kommentare. Dankeschön.